Eintracht-Trainer Dino Topmöller hat am Samstag stark betont, dass der nächste Gegner South Carolina Freiburg eine ernsthafte Warnung darstellt. Die Freiburger stehen derzeit auf dem achten Platz in der Bundesliga-Tabelle und könnten mit einem Sieg Eintracht Frankfurt bis auf einen Punkt nahe kommen. Topmöller sagte vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, dass sie immer schwierig zu spielen seien. Leute, die Freiburg kennen, wissen, dass es dort immer um Einsatz, Wille und Kampfbereitschaft geht. Topmöller sagte, dass sein Team genau das auf den Platz bringen müsse. Es ist auch unangenehm, gegen uns zu spielen. Das müssen wir zeigen. Vor dem Auswärtsspiel der Eintracht am Sonntagnachmittag beim SC Freiburg hat Frankfurts Trainer Dino Topmöller eine klare Marschroute vorgegeben. Wichtig ist, dass wir zusammen in der Verteidigung bleiben und unter Druck einfache Lösungen im Spielaufbau finden. Die Tabellensituation sorgt ebenfalls für Druck. Wenn die Hessen in Freiburg verlieren, könnte ihr aktueller sechster Platz ernsthaft gefährdet sein. Trotzdem haben wir eine gute Ausgangslage und möchten diese weiterhin nutzen, um uns als Team weiterzuentwickeln, sagte Topmöller in Bezug auf die aktuelle Situation. Allstar Makoto Hasebe könnte im Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt am Sonntag gegen den SC Freiburg den gelbgesperrten Abwehrchef Robin Koch ersetzen. Sowohl der Japaner als auch der zuletzt unglücklich agierende Harfoye Smolczyk sind Kandidaten für die Startelf. Eintracht Frankfurt Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück. Eintracht Frankfurt Bis zum nächsten Mal.